Ja, haben Sie sich schon mal überlegt, zu Hause eine neue Beleuchtung aufzuhängen? Vielleicht irgendwo im Schlafzimmer eine neue Lampe im Flur oder in der Küche? Oder vielleicht auch so ein bisschen das Licht zu verändern, vielleicht ein bisschen dezenter? Oder wie wäre es mal mit einer tollen Beleuchtung so hinter dem Fernseher? Dann geht man ins Lampenfachgeschäft, schaut sich da so ein bisschen um und dann ist man richtig erschrocken, oder? Ich habe das neulich gemacht, habe auch noch eine tolle Lampe gesucht. Ich habe bei mir immer noch, und ich wohne ja jetzt schon länger in meiner Wohnung, habe bei mir immer noch einfach nur so die Glühbirnen runterhängen bei mir in der Wohnung. Immer noch keine Lampen aufgehängt, das darf man gar keiner erzählen. Aber ich war einfach so erschrocken, weil Lampen so teuer sind. Wirklich unglaublich. Da hat man Preise von 200, 300 Euro für eine schöne Lampe. Und dann habe ich mir überlegt, das muss doch irgendwie günstiger gehen. Einfach und günstig, das wäre doch toll. Und dann habe ich mal geschaut, was wir für Produkte hier im Sortiment haben. Und bin da auf einiges Schönes gestoßen. Und das möchte ich Ihnen heute gerne zeigen, weil ich denke, das ist auch für Sie ganz, ganz interessant. Das geht bestimmt vielen so, Ihnen bestimmt auch. Und wir haben da wirklich tolle Leuchtmittel. Wir haben auch wunderschöne Lampen und auch Lichtdekorationen. Zum Beispiel so TV-Hintergrundbeleuchtung. Also aufgepasst, kommt in dieser Sendung so einiges. Und das zu ganz, ganz kleinen Preisen. Beginnen möchte ich mit einem tollen Leuchtmittel. Und zwar hier sehen Sie schon, das ist eine LED-Kerze. Also ich drehe sie einmal raus, damit wir uns die anschauen können. Ganz, ganz klassisch eine LED-Kerze. So wie man es früher von den Glühbirnen gewohnt war. Aber hier jetzt LED-Technik. LED-Technik ist immer sehr viel besser, weil wir achten ja heutzutage alle so ein bisschen auf unsere Stromrechnung. Wir möchten ja keine große Nebenkostenabrechnung haben mit großen Stromkosten. Und deshalb immer LED-Technik nehmen. LED-Technik, das bedeutet jetzt, diese tolle Leuchte hier hat nur einen Verbrauch von 3 Watt. Das ist nichts mehr. Denken Sie noch damals an die Glühbirnen. Die hatten immer mindestens so einen Verbrauch von 40, 60 Watt. Hier haben wir einen Verbrauch von 3 Watt. Das ist nichts mehr. Also sensationell. Ich finde das immer ganz toll. Energieeffizienzklasse A. Und hier die kleine Version jetzt. Also klassisch diese Kerzen. Die sind ja immer unten mit dem kleinen. Das ist der E14-Anschluss. Und das kann man dann wunderbar in die entsprechenden Lampen, die man zu Hause hat, reindrehen. Und Sie sehen schon, sehr hell. 70 Lumen, die wir hier haben. Sieht wirklich ganz toll aus. Also auch bei Ihnen zu Hause dann in den Lampen zum Beispiel, wenn Sie da so Deckenleuchten haben, wo das reingeht. Und jetzt sehen wir gerade was ganz, ganz Tolles. Weil diese tolle LED-Kerze, die wir hier haben, die kann man jetzt auch noch in Farben schalten, wenn man das möchte. Also 16 Farben stehen einem hier zur Auswahl. Da kommt für Sie eine Fernbedienung mit dazu. Und dann können Sie zwischen 16 Farben wählen, wenn Sie das möchten. Also ganz normal weiß, selbstverständlich. Aber Sie haben hier zum Beispiel Rot, Orange, Blau, Grün. Alles zur Auswahl. 16 Farben. Und dann auch vier unterschiedliche Leuchtmodi. Sie können die Farben wechseln lassen. Es gibt hier zum Beispiel Flash, Strobe, Fade oder Smooth auf der Fernbedienung. Das hier an der Seite, das sind die Leuchtmodi, die Sie anwählen können. Und dann verändert sich die Farbe. Also wirklich ganz toll gemacht für 7,51 Euro. Die Lebensdauer von so einer tollen LED-Kerze, die jetzt nur 3 Watt verbraucht, sind übrigens 25 Stunden Leuchtdauer. Das ist also wirklich immens. Sehr viel mehr als die herkömmlichen Glühbirnen, die man früher hatte. Das bedeutet für Sie, man spart einmal an Stromkosten und man hat wirklich auch eine sehr viel längere Lebensdauer. Man muss nicht mehr andauernd auswechseln. Also finde ich persönlich spektakulär. Deshalb habe ich gesagt, immer überall auf LED auswechseln, weil man spart so viel Geld. Und man hat wirklich eine viel längere Lebensdauer bei seinen Leuchtmitteln. Das ist das, worauf es ankommt. Wir möchten ja auch so ein bisschen sparsam sein. Wir müssen an unseren Geldbeutel denken. Und wir möchten vielleicht auch ein bisschen was anfarbig. Und hier habe ich jetzt die Variante für Sie mit der großen Fassung, der E27-Fassung. Ich zeige es Ihnen nochmal. Unten die große Fassung, die E27-Fassung, die hat man meistens dann auch in den großen Standleuchten, in den größeren Leuchten, zum Beispiel im Wohnzimmer. Also hier die etwas dickere Fassung unten E27. Und auch dieses hier, wieder tolle LED-Technik. Die ist jetzt mit dem weißen Licht. Ich schalte sie einmal einfach nur aufs weiße Licht. Und Sie sehen, die ist ganz, ganz hell mit 800 Lumen. Hat Energieeffizienzklasse A+. Verbraucht maximal 10 Watt. Also sehr, sehr energieeffizient. Und auch hier haben Sie die Fernbedienung mit dabei. Das bedeutet, Sie können sie jetzt auf weiß schalten. Sie können aber auch hier wieder auf jeder dieser Regenbogenfarben schalten, wenn Sie möchten. Also ich könnte die jetzt auf blau schalten. Oder dann hier auch so Farbwechsel zum Beispiel schalten, wenn Sie das möchten. Könnte die hier so durchflackern lassen in den bunten Farben. Für 8,46 Euro eine super Leuchte, die Sie haben. Ein super Leuchtmittel. Diese LED-Lampe hier mit der NX37-71-569. Gehen Sie da schnell in die Leitung. Wechseln Sie zu Hause aus, weil das rentiert sich wirklich sehr, sehr schnell. Im Laufe eines Jahres haben Sie da wirklich schon so viel überhaupt auch an Stromkosten gespart. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Also gerade, wenn man LEDs da einmal überall aufhängt, einrichtet. Das hat sich sofort an der Stromrechnung bemerkbar gemacht. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da. Schauen Sie, wie viel E14, E27 Sie brauchen von der Fassung her. Und dann können Sie bestellen alle Produkte jetzt auch nochmal unter www.pearl.tv, die ich eben zeige. Und ich habe es gesagt, gerade Lampen sind ja so teuer. Und da war ich richtig begeistert, als ich die hier gesehen habe. Schauen Sie mal. So eine klassische Decken- bzw. Wandleuchte. Dieses klassische Drops-Design. Fantastisch, oder? Ganz schlicht, toll gemacht hier oben mit dieser Milchglas-Optik. Die passt in die Küche, die passt in den Flur, die passt ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer. Super hell, mit 1100 Lumen. Und das ist jetzt auch LED-Technik. Das bedeutet, die verbraucht maximal 15 Watt. 15 Watt verbraucht maximal. Das ist Energieeffizienz-Klasse A+. Das ist der Wahnsinn. Super hell. Und das Geniale ist jetzt hier so stromsparend gemacht. Und Sie haben hier auch wieder die Fernbedienung dabei. Das bedeutet für Sie, Sie können die sogar dimmen, wenn Sie möchten. Wenn Sie sagen, 1100 Lumen, das ist aber ganz schön hell. Ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen weniger Licht. Dann können Sie hier auch 60%, 40% oder ein 10%iges Nachtlicht, so nennt sich das, einschalten. Also runterdimmen das Licht einfach. Das ist super schön und angenehm, gerade fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer, ein bisschen entspannteres Licht machen. Und Sie haben auch hier wieder diese Farbwahlmöglichkeiten dabei. Also wenn Sie möchten, können Sie auch hier wieder die Farbe anwählen. Können auch hier wieder in den Farbwahlmodus hineingehen. Das ist so faszinierend. Können eine feste Farbe auswählen, wenn Sie möchten. Och, wunder, wunderschön. Oder mal so einen Farbwechsel einstellen. Gerade wenn man auch Besuch hat, sieht das sehr, sehr schick aus. Und jetzt schauen Sie mal auf den Preis, was diese Lampe kostet. Ja, ich hätte auch gedacht, solche Lampen, wenn man die sieht im Lampenfachgeschäft, gerade LED-Technik, so stromsparend. Maximal 15 Watt Verbrauch. Da ist man bei Preisen 90 Euro mindestens. Hier jetzt für 23,66 Euro. 23,66 Euro für so eine tolle Lampe, die man überall aufhängen kann und die auch noch so wenig verbraucht. Energieeffizienzklasse A plus maximal 15 Watt Verbrauch. Das muss man sich mal überlegen. Das spart man ja doppelt. Einmal hier beim Preis. Sie kriegen jetzt den TV-Sonderpreis von 23,66 Euro. Und dann natürlich auch auf lange Sicht hin beim Verbrauch. Das ist das Tolle. Weil man hier die Stromkosten, die man sonst hat, immens senken kann. Maximal 15 Watt Verbrauch. Das muss man sich mal überlegen. Energieeffizienzklasse A plus. Das ist so clever gemacht mit dieser neuen LED-Technik, die es hier gibt. Und dann können Sie auch noch dimmen. Das konnten Sie ja vorher mit Ihrer normalen Lampe, die Sie vielleicht jetzt im Wohnzimmer oder im Flur hatten, nicht. Hier ist das jetzt problemlos möglich. Da dimmen Sie ganz einfach mit der Fernbedienung mal runter oder wechseln vielleicht nach Lust und Laune dann auch mal eine Farbe an. Vielleicht im Schlafzimmer mal so ein schönes Rot, wenn es mal so in die Stimmung reingeht. Das können Sie einfach mal machen. Das ist doch auch mal witzig, oder? Ja klar, warum denn nicht? 23,66 Euro. Sie verstehen meine Begeisterung. Wenn man im Lampenfachgeschäft unterwegs ist, so eine ganz normale Deckenleuchte, so eine Wandleuchte, da schaut man auf den Preis. Gerade dieser Drops, den kennen Sie auch. Den haben Sie bestimmt schon mal gesehen in diesem tollen, mit so einer Milchglasoptik oben. Dieses ganz klassische Modell, was man entweder dann so an die Wand hängen kann irgendwo. Das sieht man ja immer im Fluren zum Beispiel auch. Haben Sie vielleicht auch eine irgendwo hängen? Oder dann oben auch so an der Decke zum Beispiel. Ist ja immer schick, weil das ist ja auch zeitlos. Das ist ja so ein ganz zeitloses Design. Ist ja auch einfach zu reinigen. Passt ja auch zu jeder Einrichtung. Sieht wunderschön aus. Aber da zahlt man dann halt 90. Manchmal sieht man die auch für 100, 120 Euro. Und hier hat man jetzt dieses Wahnsinnsmodell. Mit dieser sensationellen neuen LED-Technik. Das einfach auch fast keinen Strom verbraucht. 15 Watt, das muss man sich mal überlegen. Das ist fast nichts. Das merken Sie auf Ihrer Stromrechnung fast gar nicht. Und wenn Sie da mehrere Lampen auch austauschen vielleicht. Oder gerade auch im Zimmer neue Lampen brauchen. Und dann hier solche installieren. 15 Watt maximal Verbrauch. Und Sie haben zusätzlich dann auch diese neuen tollen Möglichkeiten hier zu dimmen, wenn Sie möchten. Oder auch Farben einzustellen. Das kommt ja extra dann noch mit hinzu. Das macht ja auch noch Spaß. Und sowas jetzt für 23,66 Euro. Das ist so toll einfach. Also finde ich fantastisch. Sie sparen ja auch mit dem TV-Sonderpreis jetzt. Weil der Hersteller gibt für diese Lampe allein einen Preis vor von 89,90 Euro. Das ist natürlich dann ein ordentlicher Preis. Aber hier der TV-Sonderpreis. Aufgrund auch der großen Stückzahl, die wir jetzt eingekauft haben, möchten wir den Preisvorteil ja auch weitergeben an Sie. 23,66 Euro. Der TV-Sonderpreis von 23,66 Euro. Der ist jetzt wieder gültig. Solange der Vorrat reicht und bis maximal zwei Stunden nach der Sendung. Also bitte dann in die Leitung gehen. Die NX 55 92 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Jetzt ist der TV-Sonderpreis gültig. Bis maximal zwei Stunden nach der Sendung. Überlegen Sie, wo Sie die aufhängen möchten. Wie viele Sie davon brauchen. Ich meine, das ist ja so ein Klassiker. Der geht ja überall. Den kann man überall perfekt aufhängen. Wir hatten auch immer bei mir zu Hause, bei meiner Mutter immer so eine im Wohnzimmer zum Beispiel. Als Wohnzimmerlampe an der Decke hängen. In der Küche hatten wir genau auch so eine. Weil dieses Design ja einfach überall gut reinpasst. Aber hier jetzt mit neuster Technik. LED-Technik. Eine Lebensdauer von diesen LEDs. 25.000 Stunden. Das ist auch sensationell. Da muss man sich gar nicht mehr drum kümmern, irgendwann mal so ein Leuchtmittel auszutauschen. Das ist wirklich richtig toll. Und Energieeffizienz-Klasse A+. Maximal 15 Watt Verbrauch. Und 1100 Lumen leuchtstark allein in dem Weißlichtmodus. Also wahnsinnig hell das Ganze. Gleich in die Leitung gehen. Die NX5592569. Nochmal die Bestellnummer für Sie. Und ich habe es eingangs angesprochen. Es gibt natürlich auch so Beleuchtung. Die ist so ein bisschen außergewöhnlich. Aber trotzdem findet man sie schick. Und man hätte sie vielleicht gerne. Man hat sie schon mal gesehen. Zum Beispiel halt Hintergrundbeleuchtung für den Fernseher. Die ist aber oft unglaublich teuer. Und auch die haben wir hier im Programm. Und die möchte ich Ihnen gerne zeigen. Wir haben TV-Hintergrundbeleuchtung in ganz, ganz tollen Möglichkeiten. Und die kann man ganz einfach nachrüsten. Schauen Sie mal hier. Die wird einfach an den Fernseher hinten dran geklebt. Das geht innerhalb von Minuten. Die haben Sie selber ruckzuck angebracht. Das sind so Klebeleisten. Die werden einfach rings um den Fernseher hinten einmal angeklebt. Dann gibt es immer diese Elemente hier im oberen Teil. Diese Eckelemente, wo es einmal um die Ecke rumgesetzt wird. Dann wieder runter. Und dann gibt es die Verbindung mit dem Fernseher. Und die Verbindung mit dem Fernseher wird per USB gemacht. Die modernen Fernseher haben alle USB-Steckplätze. Und da wird auch noch ein freier USB-Steckplatz bei Ihrem Fernseher sein. Das wird dann einfach hier per USB reingesteckt. Das ist an der Stelle jetzt hier bei uns. Also einfach da per USB verbinden. Da nimmt das Licht dann auch seinen Strom her. Also das ist dieses jetzt hier. Da einfach per USB reingehen. Und sobald Sie den Fernseher jetzt anschalten, geht automatisch auch Ihre Hintergrundbeleuchtung mit an. Das Tolle ist, das sieht erstmal ganz fantastisch aus. Es gibt ja auch Studien dazu, dass so eine Hintergrundbeleuchtung für die Augen sehr, sehr gut ist. Weil so eine Hintergrundbeleuchtung die Augen entlastet, ist sehr, sehr schonend für die Augen und tut den Augen dann auch gut. Man kann viel länger auf einen Monitor, auf einen Fernseher schauen, wenn da so eine gewisse Hintergrundbeleuchtung ist. Und das Bild, das sieht so toll aus. Denn es lässt Ihren Fernseher so viel größer, so viel besser wirken. Das ist phänomenal. Und hier unsere tolle TV-Hintergrundbeleuchtung können Sie jetzt auch in den Farben Ihrer Wahl einstellen. Sie können einen Farbwechsel einstellen. Sie können Rot, Sie können Blau, Sie können Grün einstellen. Sie haben auch hier 16 Farben zur Auswahl. Und schauen Sie mal, gerade so ein Film. Der Fernseher wirkt plötzlich viel, viel größer, viel intensiver. Das ist spektakulär. Einfach nur toll. 9,41 Euro der Preis für diese tolle TV-Hintergrundbeleuchtung. Und zwar hier für die Fernseher mit der Größe 61 cm bis 1,11 m. Deshalb schauen Sie so ein bisschen, wie groß ist Ihr Fernseher? Für welche Größe brauchen Sie das Ganze? Ich zeige es Ihnen auch gleich für die größeren Fernseher. 61 cm bis 111 cm entspricht einer Fernsehergröße von 24 bis 44 Zoll. Also wenn Sie einen Fernseher zwischen 24 und 44 Zoll haben, dann ist die Bestellnummer NX 6740 und die 569 genau die richtige. 9,41 Euro dann Ihr Preis. Sie können das innerhalb von Minuten installieren. Das wird wirklich, ich zeige Ihnen das hier mal, einfach nur hier mit diesem kleinen Kleber, das kann man auch wieder ablösen übrigens, einfach nur einmal so an der Rückseite festgemacht, einfach so angedrückt, dann ist es fest und dann einmal per USB eingesteckt. Dann schaltet sich das automatisch mit dem Fernseher an und aus und dann haben Sie die Fernbedienung mit dabei. Mit der Fernbedienung können Sie es jetzt an und ausschalten, können aber auch sämtliche Farben anwählen, die Sie haben möchten hier auch die unterschiedlichen Lichteffekte wieder anwählen. Vier Lichtmodi stehen da für Sie zur Auswahl. Also gleich zugreifen, ich finde für 9,41 Euro ist das ganz spektakulär. Das geht jetzt übrigens nicht nur an Ihrem Fernseher, sondern es geht auch an jedem Monitor. Vielleicht haben Sie einen tollen Monitor bei Ihrem Rechner zu Hause und sagen, oh, ich möchte auch meinen Rechnermonitor von hinten beleuchten. Kein Problem. Das geht auch an Monitoren. Und schauen Sie mal, wie viel größer das Bild plötzlich wirkt. Der Fernseher wirkt plötzlich viel, viel größer. Es ist für die Augen viel, viel entspannter. Also greifen Sie dazu, so einfach installiert, innerhalb von wenigen Minuten und es macht so viel aus. Es ist so schön. Für 9,41 Euro. Hier für Fernseher 61 Zentimeter bis 111 Zentimeter. Das ist eine Größe von 24 bis 44 Zoll. 9,41 Euro der Preis. Die Bestellnummer, die NX 6740 und die 569. Und wenn Sie jetzt sagen, Achtung, aber mein Fernseher ist doch viel, viel größer. Ich habe das größere Modell. Ja, es gibt viele, die einen größeren Fernseher haben. Dann können Sie jetzt bestellen, wenn Ihr Fernseher zwischen 1,17 Meter und 1,77 Meter ist. Das entspricht einer Größe zwischen 46 und 70 Zoll. Also auch wie das Modell, was wir jetzt hier haben. Also die größeren Fernseher. Viele haben die größeren Fernseher zu Hause. Dann können Sie hier jetzt bestellen mit der NX 6742 und der 569. Das Prinzip ist absolut dasselbe. Auch hier haben Sie wieder die Lichtleisten. Die sind jetzt ein bisschen größer mit 48 LEDs, also 46 Zentimeter je Leiste. Auch hier werden die einfach nur angeklebt. Auch hier haben Sie diese Verbindungsstücke wieder für die Ecken. Auch hier einfach per USB verbinden. Und dann können Sie hier ganz einfach, ich kann hier auch mal umschalten zum Beispiel. Dann sehen Sie das sehr schön. Unterschiedliche Lichtmodi einstellen, können das an- und ausschalten zum Beispiel. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Also wunderschön und einfach nur toll. 12,26 Euro, so eine TV-Hintergrundbeleuchtung. Das muss man sich mal überlegen. Für eine TV-Hintergrundbeleuchtung hier so toll das Ganze. Das ist wirklich der Wahnsinn. Fernbedienung für Sie im Lieferumfang mit dabei. Alles komplett für 12,26 Euro. Und die Bilder, schauen Sie mal, wie spektakulär groß die sind. Wow! Das sieht aus, als hätte man plötzlich einen neuen Fernseher. Also sowas Tolles. Deshalb greifen Sie zu für Ihren Fernseher. Aber selbstverständlich auch für Ihren Monitor. Wenn Sie so einen PC-Monitor haben, da geht das auch einfach an den USB-Anschluss ran. Und schon können Sie das da ja auch mit verbinden. Also wunderschön. 12,26 Euro. Ich habe Ihnen, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Ich habe es gesagt, also wir haben tolle Beleuchtungsmöglichkeiten hier. Für ganz, ganz kleines Geld. Da muss man nicht viele 100 Euro ausgeben, um toll zu Hause zu beleuchten. Sondern es geht wirklich für ganz, ganz kleines Geld. Und dann habe ich noch was Witziges mitgebracht. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte. Ich habe es gesehen und ich habe es einfach geliebt. Ich habe gesagt, oh, das ist so witzig. Und für 4,66 Euro fand ich das einfach mega genial. Das ist ein LED-Toilettenlicht. Und Sie werden jetzt sagen, was? Ein LED-Toilettenlicht? Ich fand es einfach witzig. Das kann man jetzt in die Toilette reinmachen, dieses kleine Licht. Es wird einfach in die Toilette reingesetzt. Wir zeigen Ihnen das mal hier. Und dann wird Ihre Toilette mit einem Bewegungssensor bei Dunkelheit beleuchtet. Da ist ein Dämmerungssensor und ein Bewegungssensor drin. Und sobald jetzt jemand bei Dunkelheit die Toilette betritt, in das Badezimmer, in die Toilette reinkommt, vor die Toilette. Schauen Sie mal, da flimmert es in der Toilette in bunten Farben. Acht verschiedene Farben, die wir da haben. Sie können entweder eine Farbe einstellen, Ihrer Wahl, Ihre Lieblingsfarbe. Jetzt Blau oder Rot oder Grün zum Beispiel. Oder dann natürlich auch ein Farbwechsel, wenn Sie möchten. Und dann leuchtet die Toilette so schön. Ich mag ja Blau total gern. Ich weiß nicht, ich finde Blau sieht total schick aus. Wenn man dann nachts mal auf die Toilette muss. Das passiert ja häufiger. Dass man nachts sagt, ich muss mal raus. Und dann macht man nicht unbedingt das große Licht an. Und dann geht man auf die Toilette. Das ist so toll, wenn man da in das dunkle Badezimmer reintritt. Und plötzlich leuchtet die Toilette in dunklen Farben. In bunten Farben. Das sieht so schick aus einfach. Und Sie sehen, das passt für jede Toilette. Das ist hier hinten biegsam. Das können Sie wunderbar anpassen. Das hier, das geht in die Toilette rein. Das ist vorne an der Toilette. Also das ist auch wirklich sehr toll gemacht. Also das ist einfach vorne. Und sobald im Dunkeln hier jemand vor diese Toilette tritt, wird die Toilette hier von dem Licht im hinteren Teil dann beleuchtet. Also so ein kleines Gadget, das einfach so viel Spaß macht für 4,66 Euro, ist natürlich auch für so eine Gästetoilette mal was ganz Witziges. Und auch wenn Sie Gäste haben, die werden so staunen. Die werden sagen, boah, was ist das denn? Ich war gerade auf deiner Toilette, bin im Dunkeln in deine Toilette reingelaufen. Die hat angefangen zu leuchten. Deine Toilette war plötzlich von innen bunt beleuchtet in bunten Farben. Schauen Sie mal hier. Rot, grün, gelb, blau. Wie gesagt, ich mag blau total gerne. Ich finde es total lustig, wenn die Toilette dann blau leuchtet. Und für 4,66 Euro ist so ein Gadget, das kann man auch mal toll verschenken zum Beispiel. Da sagt jeder, was ist das denn in Toilettenlicht? Habe ich ja noch nie gesehen. Leuchtet übrigens für 120 Sekunden, dann geht es auch wieder aus. Also muss man sich keine Sorgen machen, dass es dann die ganze Nacht leuchtet. Nein, das geht automatisch nach 120 Sekunden aus. Aber ist halt so ein Produkt, das unglaublich viel Spaß macht. Sind auch Batterien drin. Also ist einfach witzig, fand ich, für 4,66 Euro. Und auch, wenn die Kinder oder die Enkelkinder mal bei Ihnen sind, die lieben so was. Wenn die im Dunkeln auf Toilette oder ins Badezimmer müssen, sie wissen, wie die sind. Ja, oh, es ist dunkel, ich muss auf Toilette. Nein, ich will nicht. Dann sind die ja eh mal so. Aber hier, wenn da so ein lustiges Toilettenlicht ist, da gehen die bei Dunkelheit dann auch gerne auf Toilette. Da haben die dann gar kein Problem damit. Deshalb einmal in die Toilette rein, ist super süß, finde ich. Einfach einhängen und dann wird Ihre Toilette immer in diesen bunten Farben oder in der Farbe Ihrer Wahl auch beleuchtet. 4,66 Euro, die NX 8713 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Für sich eins bestellen, für die Freunde mit bestellen. Weil sowas ist auch so ein super Geschenk einfach, so ein super Gadget, das so viel Spaß macht, das so viel Freude macht, das einfach so witzig ist und das man nicht so oft sieht. Das ist auch was, wo man denkt, das kenne ich ja noch gar nicht. Wo hast du das denn her? Und dann fängt man an, sich darüber zu unterhalten. Und auch die, die bei Ihnen dann zu Gast sind, die mal auf die Toilette gehen, die werden sagen, wo hast du das denn her? Also ganz, ganz süß. Greifen Sie zu. Die Kollegen im Callcenter sind da jetzt für Sie da. Einfach nochmal schnell anrufen unter der 0180 51 51, dreimal die zwei. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen da tolle Produkte zeigen rund um das Thema Beleuchtung. Da waren ja schöne Sachen dabei. Unsere Leuchtmittel, LED-Leuchtmittel, die wirklich sehr, sehr sparsam sind. Da können Sie richtig viel Geld auch sparen auf Ihrer Stromrechnung. Dann die tollen Lampen, die ich Ihnen gezeigt habe. Die tolle TV-Hintergrundbeleuchtung für ganz, ganz kleines Geld zum Nachrüsten. Das hat man innerhalb von Minuten selber gemacht. Und wenn Sie da jetzt nochmal bestellen möchten, dann sind die Kollegen im Callcenter für Sie da. Alle Produkte finden Sie jetzt auch nochmal unter www.pearl.tv .